Hallo alle zusammen, das CBS-TV-Team heißt euch heute alle herzlich willkommen zu dem diesjährigen Sommerfest hier an der Cologne Business School. Naja, Sommerfest vielleicht jetzt nicht so ganz, zumindest nach dem Wetter her, sieht es jetzt nicht ganz so sommerlich aus, aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass wir heute schön fröhlich-sommerliche Stimmung haben werden. Hallo, mein Name ist Alexandra Feilauer und ich bin hier vom Studienparlament. Wir organisieren dieses Jahr das Sommerfest und hoffen, dass sich ganz viele von den neuen Studenten und den Internationals treffen und viele Möglichkeiten zum Kennenlernen ergeben. Hi, ich bin Yannick, ich bin im dritten Semester und ich finde es immer wieder schön, auf Sommerfest zu kommen, weil man mal die Möglichkeit hat, auch außerhalb des Unistress neue Leute kennenzulernen und ein bisschen zu entspannen. Ich habe schon mal ein Jahr studiert und mir ist es damals nie bewusst aufgefallen, dass die Uni auch viel tut, um mit anderen Studenten aus anderen Kursen in Kontakt zu kommen und hier finde ich generell, dass es eine tolle Stimmung ist, dass alle offen sind. Das war's nun heute auch mit dem Sommerfest an der CBS. Wir hatten viel Spaß, tolle Interviews gehalten, nette neue Studenten kennengelernt. Ja, und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und ich gehe jetzt auch noch weiterhin ein bisschen meinen Booty shaken. Ich bin ja, bis zum nächsten Mal und ich gehe jetzt mal.